Willkommen in Leipzig-Konnewitz. Da dies eine innerstädtische Verbindung ist, werden Sie an allen unterwegs Bahnhöfen halten. Ihre Endstädtische Stelle ist Bitterfeld. Herzlich willkommen zu Stadtdurchfahrt, glaube ich, dem Szenario. Ich habe es doch noch auf Imperial eingestellt, okay. Es ist nicht mehr. Oh Gott, hallo. Dann setzen wir uns mal hin. Ach nee, doch nicht. Oder doch? Nee, noch nicht. Wir machen uns erstmal SIVAB und PZB an. So, dann können wir jetzt machen, was wir wollen. Hier, Türen rechts verriegeln. Türen schließen und dann können wir losfahren. Dann löst die indirekte Bremsen. Dann wollen wir mal. Weiß ich nicht, gerade maximal 60 oder so. Oh, da täusche ich mich. Okay, scheinbar täusche ich mich. Vielleicht auch noch für die Ausfahrt da vorne. Dann wollen wir mal. Nächster Halt Leipzig MDR in zwei Minuten. Dann können wir mal mit 80 weiter oder mit 78 von mir aus auch. Letztlich ein paar Kilometer. Muss man sich schon wieder hier umgewöhnen. Auch wenn das erst gestern gewesen war, aber... Ich weiß ja auch. Gestern noch mit einem M-Schweck unterwegs gewesen. Heute jetzt mit einer anderen Bremskraft. Ist das nervig. Kann das nicht einfach einmal für das Profil... Für das komplette Profil einfach nur die Einstellung gleich bleiben? Oder wer ist da zu viel verlangt? Ich befürchte ja, das ist schon fast zu viel verlangt. Wahnsinn. Mit was für einer Pünktlichkeit wir hier ankommen. Nächster Halt Leipzig Bayerischer Bahnhof. Ankunft oder erwartete Ankunft in einer Minute. Töne Halt Leipzig Bayerischer Bahnhof, woher wir dizer? Ich bin jetzt auch nicht der erste Mal im Intensiv Bayerischer Bahnhof. Ich bin verwirrt. Ich glaube, wenn ich ein Verschub bin, kann das natürlich auch sein. Ja, man sollte sich nicht wieder... Ach ja, ich sollte mal mehr angewöhnen, dass ich wirklich nicht mit dem Neppomarik widerspiele, denn irgendwie ist ja jetzt gerade gerne mal dafür verantwortlich, dass man irgendwie was verkackt. Wir können sogar weiter, das ist aber schön. Ich dachte, wir müssen noch ein bisschen warten. Dann fahren wir mal zum Leipzig-Wilhelm-Leuchner-Platz. Also, warum muss die Sonne jetzt so rauskommen, das verstehe ich jetzt nicht. Oh oh, ich sehe nichts, also muss ich auf einen anderen Monitor gucken. Ich will eigentlich die Dings, den Kontrast vom Monitor höher schalten. Ich habe mich verklickt. Wunderbar, wirklich viel mehr sieht man auch nicht, aber... ... etwas mehr, zumindest heller. assisting Kai ног in Heere. ... ... ... ... ... ... ... ... Die Fahrtdrückung zur Daytona hat natürlich auch das S-Bahn-Fahren allgemein, also ich würde fast behaupten, man macht halt, OAK hat halt weniger die Möglichkeit Fehler zu machen. Einfach aus dem Grund, weil man halt mehr Stop-and-Go macht und halt weniger, also auch klar, ne, also bei, bei Dings, bei, bei, auch wenn man jetzt mit dem Regional-Expresso oder so fährt, hält man natürlich auch an vielen, an allen Bahnhöfen an, ist natürlich unterschiedlich, aber da hab ich halt das Gefühl, dass man halt irgendwie, weil das kann man auch täuschen, das kann natürlich auch täuschen, dass man eigentlich, dass die Fehler, das Fehlerpotenzial bei allen eigentlich ergeben ist. Zirn, 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 zirn. Zirn... Zirn... Ohh... Niesal, Leipzig, Taubbahnhof, Tief. Okay. Zeitlich halten wir uns da gerade noch ziemlich wecker. Das kann sich aber noch schön ändern. Das blickende ist grün, oh Gott, das ist hell. Also für euch jetzt nicht so, für euch ist es auch, aber für mich halt noch umso mehr, weil ich halt den Kontrast höre. Ich sollte vielleicht auch darauf achten, dass ich die Tür wieder verriegeln kann. Nächster Halt Leipzig Nord in zwei Minuten. Wir haben doch noch ein bisschen Strecke vor uns. Really? Oh Gott. Jetzt erfahre ich weswegen? Hallo? Oh. Um Gottes Willen. Oh. Um Gottes Willen. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also eigentlich wollte ich gleich noch eine Trains in World Folge aufnehmen, weil wenn ich dann eine Weite so ballere, dann kann ich das sonst komplett vergessen. Oh Gott. Steuern, 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 nehmt nicht mehr, sind ja da, zwar weitaus zu spät, aber wenn wir jetzt gut halten, dann können wir eigentlich für alle mal die Theorie, dass die Dings-Pünktlichkeit gar nicht ausschlaggebend ist. Mal überlegen. Zumindest sah es ab und noch mal so aus. Das ist der Punkt ganz in Ordnung, 500 Punkte, easy going. Mal überlegen. Türen verriegeln und weit Richtung Messe. Wollen wir links abbiegen, wollen sie 70, wir wollen aber die Links abbiegen. Ah, zeitig schafft man das nicht rechtzeitig, das steht schon mal fest. Da haben wir einfach zu viel Scheiße gerade gebaut, das haben wir zu viel Zeit liegen lassen vor allem. Aber klar, Scheiße, das gibt es irgendwie auch. Aber... Mal gucken, die Zeit könnte man eventuell noch rausholen, aber... Was ich auch interessant finde, wie unterschiedlich zwischen den Strecken die Lautstärke der Züge und so weiter ist. Also... Bremst. Boah, bremsten sollte. Aber gut, das läuft ja noch ganz gut relativ. Was? Waren irgendwie jetzt gerade zwei verschiedene Aussagen in einer. Nies, der Haltrack wird zu Leipzig. Zeitlich... Zeitlich kann man es komplett vergessen. Aber wir können zumindest einfach nur Gas geben, müssen wir Schub geben. Einfach mit voller Leistung voran. Wenn man etwas... Wenn man etwas... Wenn man etwas Selbstbewusstsein kommt, dann liegt etwas nützlich. Aber ich glaube, dass mit der Punktzahl es halt... muss man die punktzahl er rechnet sich halt ja wirklich nicht aus der pünktlichkeit dass man das ding dann nicht mehr bekommt naja 496 gut für wie viel bekommen wir mal fürs einsteigen 150 bau ist es egal ja das war mein fehler ja da habe ich dann nicht mehr darauf geachtet da wird es natürlich belastend mehr als unnötig ja Vielen Dank. Ich habe mich von den Punkten ablenken lassen. Ich habe mich von den Punkten ablenken lassen. Aber passiert. Ich habe mich von den Punkten ablenken lassen. 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 Okay, es wird langsam im Frühling, kann man gar nichts sagen, weil es gab gar kein Winter. Hmm. Hmm. Ich habe mich von den Punkten ablenken lassen. Ich muss mal gucken, ob ich ETS und ATS aufnehmen kann. Ich muss den ja mehr oder weniger wieder, oh Gott, spontan machen. Jetzt kommt der Sonne und so weiter. Mal schauen, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Daran muss ich mich dann mal wieder anpassen. Witzig, dass im Sommer mal ein Sonne- und Wärme-Schutz davor kommt und am besten auch ein Mückenschutz. Dann passt das. Mal schauen, wie das geht. Mal schauen, wie das ist. Es sollte jetzt ungefähr 2,3 Stunden der Strecke sein, wenn man das jetzt einfach nur von der Zeit betrachtet. Es wird den zeitlichen Aspekt mit aufnimmt. Mal schauen, wie das ist. Mal schauen, wie das jetzt hier. Mal schauen, wie das bitte. Mittlerweile da, keine Ahnung, vier, von daher sind die Wolken heute immer schnell da und wieder weg und da und wieder weg, von daher ist das ein bisschen, ja ein bisschen, als ob man gerade durch eine Allee fahren würde, mehr oder weniger, nur halt langsam mehr. Ja, ja. Ja, ja. Nächster Alten, Peter des Roda. 6,5 Kilometer Luftlinie oder so in Richtung. Wo soll ein Siren und da sein, das werden wir never ever schaffen. Aber gut, ist halt so. Ist halt wie es ist, ne? So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, Endstation, nächster Halt, Bitterfeld auf Bucke. Dann ist es verständlich, dass wir jetzt hier, ne? Vollüberwachung von, wat? 85, das lag ja groß aus. 8,5. Das ist ein wenig, das ist ein wenig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Müssen wir bestimmt irgendwo hier hinlaufen. Wunderbar. Ja, hier haben wir es dann verkackt. Äh... Oh, Rapid Transit ist mittlerweile ein neues Level. Detail in 2 ist auf Level 12. Okay. Äh... Das nächste Mal werden wir uns hier auf Rapid Transit befinden und hier rumgurken. Äh... So wie ich das jetzt einfach interpretiert habe. Also es gibt es ja beispielsweise hier bei... War das hier auch? Ja, es gibt ja hier Reisen und so weiter. Äh... Da gibt es dann ja... Na, ein bisschen was. Das wäre natürlich auch eine Sache, diese 36. Ich frage mich halt, ob diese 36 halt... Ähm... Hier zu den Zugverbindungen zählt oder nicht. Äh... Und wenn es zu den Zugverbindungen zählt, ob man da quasi einen Fortschritt hat, wenn man hier von den Zugverbindungen etwas nimmt. Ne? Das... Ne? Fragen über Fragen. Selbstverständlich. Ähm... Also wie gesagt, ich drücke mich da nochmal rein. Wenn das so ist, dass das von den Zugverbindungen etwas ist, sprich vom Fahrplanmodus, der ja mehr oder weniger mit dabei ist. Ähm... Wenn das so gesehen auch Sachen vom Fahrplanmodus sind, dann werden wir die Reisenfunktion ignorieren. Ne? Ähm... Und wenn das halt nicht gekoppelt ist, sondern halt auch, nennen wir es mal, so eine Art Szenario ist. Dann werden wir da erstmal uns mit den Reisen beschäftigen, bevor wir uns mit dem Fahrplanmodus beschäftigen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ähm... Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Schau! Schau! Hier hat es euch. Schau! 12.